Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Wir schalten jetzt den nächsten Sniper und damit auch den letzten Sniper aus. Beobacht, 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 beobacht. Ein fossile Agent. Eine von diesen Blazerminen getritten, oder? Ein Schotterpapier. Was ist das? Ein nicht freundlich, äh, dieser Arm. Was ist das? Roger, da. White jacket. Confirmed. Ein fossile Agent. Nein, ich habe nicht zu antworten. Ein Schotterpapier. Da sind ja noch... Aber jetzt? Was ist das? Ich sehe keine Gegner hier. Ja, sobald. Gut gemacht. Unser Problem bleibt. Und das ist... ... tot. Und mehr gab's nicht. Okay, warte. Ein Fünf. Ein Fünf. Ein C. Ein Fünf. Ein C. Ach. Mittlerweile auch alle drei. Arasaka Netrunner. Sie hat die Kontrolle von allen, die... Du musst sie wegnehmen. Wir werden nicht die Flüge ausführen können. Sie hat in einem... ...finished Wohnzimmer. Näher zum zweiten Snipern. Okay. Auf mein Weg. Auf mein Weg. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Bitte zu... ... 20. Okay. Die Gebäude sehen echt traurig aus, die Wohnungen da. Boah. Cool. Wir relaxen jetzt einfach ein bisschen. Singt sie? Nein. Vielleicht singt sie. Ich weiß es nicht. Boah. Aber der Tag sieht schon... Aus. Oh shit. Nicht gut. Johnny. Bitte. Naja. Ich habe sorgte. Pull-up, Harling. Äh. Blocked. Warum sind hier so viele ... religiöses Zeug ... oder gefühlt, semi-religiös. Ich hab gedacht, ich sollte da einen Nahkampf rein. Ich wollte deine Ding sehen. Ich hab dir sehr viele Möglichkeiten gegeben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es dir das so mag, wenn wir ihren Beschützer killen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann so gut auf uns gestimmt ist. Ich hab keine Rahmen mehr. Au, 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 au ... Bleib doch stehen! Regeneriert er gerade? Au! Au! Ich hab' einen anderen Weg. Beide auf! Sie wird die Kamuflage aktivieren. Schau, wer in der Lichter breit. Bleib! Leider! Eeeehh. Schriendly Fire-Mode? Was ist Schriendly Fire-Mode? Was ist Schriendly Fire-Mode? Brauchen Sie doch nur für Turrets. Licht. ich habe ihn gefunden findet ihn noch leicht an seinem schwert an der regeneriert sich echt schwein äh schad's da kürt friendly D5 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 D9 Genau da habe ich gerade einen Fehler gemacht Und Takemura Wo ist er? Sein Freund Äh Vielleicht solltest du mal checken Wie wärs damit? Schmeck Ja wie schmeckt das, hä? Also du bist irgendwie viel cooler als Takemura Muss man dir lassen Wie wärs wenn wir Freunde sind Ne? Ich sag dir wo er ist Du Lass mich in Ruhe Oof Oh 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 You've been for this Please finish China Do not kill him This was his duty Schmeck Okay, Bro. Ich möchte ihn ja nicht töten. Du spielst für das. Also, irgendwie denkt er noch nicht, dass es fertig ist. Ich dachte, ich muss ihn nicht töten. Ich habe da was Goldenes gesehen. Ja, wenn ich an das Goldene komme. Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich nicht an seinen Lut komme. Du und deine schuldige Szenen von Ehre. Wie kommen wir denn? Heute ist dein Glück, aber auch. Danke, dein altes Freund, Goro. Es ist ich, der danke dir, B. Er ist tot, oder? 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 Wenn du die Parade ausfälligst, dann kannst du die Schwester zu machen. Schwester? Wer? Du? Wir sind uns. Ich bin für mich, für mich zu beenden, zu beenden. Das ist nicht für mich. Ich bin nicht der Mann, was ich für die Verwaltung. In diesem Verwaltung gibt es alle ein Teil. Michiko hat nichts gesagt. Aber wenn du dich sagen willst, dann bitte nicht. Alles, bitte. Du bist der Einzige, die dich ist wichtig. Herr... Wir machen das. Danke, Hanako. Wieso? Ich dachte, wir reden nur mal. Shit, shit, shit. Das hört sich irgendwie nicht nur nach reden. Okay, ich kann dieses Zeug nicht hacken. Ich wusste, dass wir ihn nicht vertrauen können. Was ist passiert, um ihn auf seinem Leicht zu halten? Oh, fuck, fuck. Oh, fuck. Was hast du gerade gemacht? Wir verfolgen! Was für mich? Sorry, Johnny, ich kann gerade nicht reden. Jetzt können wir reden, Johnny. Jetzt eine entspannte... So, Gott. V, bist du sicher? Ja, für jetzt. Du hast deine verdammt. Es ist kein Zeitpunkt, um zu erklären. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? Ein verabschiedsgeruchtes Block auf Bine Street. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 2. 1. Das ist Julia Jordan von N54 News. Ich komme zu dir live. 3. Das ist Julia Jordan von N54 News. 1. 3. 2. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 24. 7. 9. 11. 10. 10. 11. 11. 12. 12. Wir öffnen alle, die Kanzaki-Street zu vermeiden. Wir haben ein neues Zeug bekommen, das musst du mir auch noch anschauen. Schauen wir uns an, was wir gelootet haben. Neuen Helm. Ja, schlechter ist. Nice. Eine neue Jacke. Die besser ist, weil sie legendär ist. Eine Militech Jacke. Okay. Von Aresorca. Hättest du mit deren Logo drauf. Es fällt bestimmt niemanden auf, dass wir die geklaut haben. Nee, nee. Neue Hosen. Leider Hosen. Neue Schuhe. Outfit. Wir haben ein Outfit bekommen, ja. Ich finde den Look nicht mal schlecht. Muss ich so sagen. Komm, ein bisschen. Für ein bisschen haben wir das jetzt an. Wir haben wieder einen Haufen Waffen gelootet. Shotguns, die besser sind, als was wir haben. Ach, und ein neues Katana. Slice and Dice. Kritschans. 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 Nice. Nette. Das ist jetzt blockt wegen dem Suit. Ja. Okay. Anziehen wir das jetzt halt auch wieder. So, ich hole mir das Katana anschauen. Ah. Bad mit dem, äh, Socker. Bad mit dem Sockenlabel drauf. Bad mit dem Sockenlabel drauf. Kritschans. Kritschans. Okay. Ähm. Ich beende aber die heutige Folge hier. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, weil ihr Spaß hattet. Lass ein Like unter das Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.